Jo moin Leute, herzlich willkommen zum fünften Spieltag mit den Predictions der Easy Credit BBL Basketball Bundesliga für die Saison 24-25 am fünften Spieltag. Los geht's, alle Spiele live auf deinem Heute um 20 Uhr FIT One Würzburg Basket unterlegen die Veolia Towers aus Hamburg 77-81. Dann um 16 Uhr sind Tainix MBC gegen FC Bayern München Basketball. Das Ganze geht um 66 zu 95 aus für den FC Bayern München Basketball. Herzlichen Glückwunsch. Die spielen morgen. Dann um 18.30 Uhr Rasterfechter unterlegt Skylines Frankfurt 75 zu 88. Dann EWE Baskets Oldenburg gewinnt gegen Ratio Farm Ulm 98 zu 66. Um 20 Uhr Mhp Riesen Ludwigsburg gegen BG Göttingen. Das Ganze geht 87 zu 99 aus für die BG aus Göttingen. Herzlichen Glückwunsch. Und übermorgen um 15 Uhr Bamberg Basketball Schlagen die Rostock Ziewold 95 zu 78. MLP Academics Heidelberg unterlegen die Telekom Basketball. 86 zu 91 und um 16.30 Uhr Alba Berlin Gewinn gegen Neinhardt Chemnitz 88 zu 76. So, das war's vom fünften Spieltag mit den Predictions der Easy Credit BBL Basketball Bundesliga für die Saison 24-25. So, lasst mir leichter, lasst mir Butter. Good Basket. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020